Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkgame mit Blankwolf. Hallo. Und mit Rena. Hallo. Jetzt wusste ich bloß nicht, wer ich war. Diesmal die beiden im Team gegen mich. Und ich gehe schon wieder ab gegen Schnitzel. Okay, ich bin der Graue, alles klar. Du bist der, genau, du bist der Schwarze. Alter. Nein. Ja, ich muss auf Alex' Seite kommen. Wir sporten nämlich immer bei den Waffen. Nein. Das macht keinen Unterschied. You've been obliterated. Alle. Nope. Nope, nope. Ich bin tot. Ich rufe mich ruhig mit, irgendwas. Nein. Nein. Krieg weg. Ich fliehe. Ah, no, 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 no. Nein, nein, nein. Goddammit. Nein, 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 nein. Yes. Nein. Ja. Sehr gut. Niemand kriegt den Sieg! Bye! Null Chance! Du kannst unserem Team nicht beitreten, Alex! Geh weg! Fuck ey! Oh nein, schwache Fliegel! Schwache Fliegel! Hahaha! Wie auch einfach das ganze Publikum für Alex ist! Scrubs! Oh Gott! Sehr gut! Yay! Wuhuu! Wuhuu! Komm doch! Komm doch! Jaaa, sehr gut! Also dagegen konnte ich jetzt echt nichts machen! Jaaa, das dachte ich jetzt! Nein! 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 Ich bin abgestürzt! Ich hab wieder einen Punkt! Ich hab wieder einen Punkt! Was ist das? Oh! Auf jeden Fall ziemlich fies wie es aussieht! Ich bin abgestürzt! Ich bin abgestürzt! Ich bin abgestürzt! Hup! Erinnern ihr hier mit dem Muskelarm hier? Jaaa! Ich bin abgestürzt! 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 Naja, ich bin abgestürzt! UI Ich bin abgestürzt, eine Art genauen! Oh Mann! Dreh mir alles Linie-Auto. Und wer ist bei uns bei der Waffe? Alex, wer sonst? Der Nichts-Grub. Ich fass das nicht. Du kannst nicht unserem Team beitreten, Alex. Wir wollen dich nicht. Ich war abgelenkt von deiner fliegenden Leiche, die hat so einen schönen Bogen beschrieben. Tori! Ich wollte dich nicht mehr töten! Nein, 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 Alex hat mich töten. Es ist Collateral Damage. Ich lieg halt immer noch vorne. Da hinten ist das Spielfeld zu Ende. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, sehr gut! Nice! Weiß die Hupe an! Nein, Rena! Nein! Ja, sehr gut! Nein! Nein! Perfekt! Und er war nie wieder gesehen! Da bin ich! Punkt! Oh ja, das ist ja eine Kunst von mir. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ja, ihr müsstet das aufgeholt haben. Ja! Oh, wieder! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ah, ah, work out! Hahaha! 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 I'm quacky and I know it! Hahaha! Ja genau! Die Waffe leer! Hahaha! Ich fand das nicht! Hahaha! Hahaha! Gah! Goddammit! Nice! Nice! Hahaha! 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 Und wenn ich uns beide töte! Hahaha! Ach egal! Hauptsache, er stirbt! Ich wäre schon kurz davor zu sein, zwei gegen einen ist voll unfair, aber... Goddammit! Hahaha! Ich... ich schmeiß ihn weg! Hahaha! 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 Oh, oh! Oh, oh! Alle mal in Deckung! Pass auf, pass auf! Hahaha! Hahaha! Ich gönn dir keine Punkte! Hahaha! Ich glaube, ich muss mir jetzt einfach eine Zigarette anmachen, dann geht das wieder! Hahaha! Moment! Nein! Nix! Große Schaffen hier! Ja! Juhu! Wir raun! Okay Leute, ich kommentier jetzt mal ganz kurz ein bisschen weniger! Es geht hier um meinen Ruf! Welcher Ruf? Meiner! Der Ruf! Hahaha! 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 Das Massaker-Entchen! Nein! Hm! Inakzeptabel! Mö! No! Ah! Snipe! Nice! Hahahaha! Kobi! Wat?! Hehehe! 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 Uh, jetzt gibt's Ärger! ja gut, doch geh'n her geh' nicht in den Weg, geh' nicht in meinen Weg ist egal, kannst mich ruhig umbringen LAAAAAAA LAAAAAAA OOOOOOOOH LAAAAAA sehr gut, Lenk AAAAAAA Entschuldigung Prats, alles weg Aber, um ehrlich zu sein, jetzt mal unabhängig davon Ich finde, eigentlich müsste es Punktabzug dafür geben, wenn man die Teamkollegen umbringt oder es müsste so sein, dass man die Teamkollegen nicht treffen kann Ja Eins von beidem Ja, fände ich auch so besser Ja gut, aber so, wenn wir jetzt zu dritt spielen, dann ist es natürlich für dich eigentlich ganz praktisch Wenn... Dann haben wir irgendwann Minuspunkte im Werfen nach hinten Wir müssen dann wieder zurückrutschen Super! Keine Punkte für den Alex Das ist das Mindestziel, keine Punkte für Alex Oh, natürlich hat er als einziges AAAAAAA Aha, sehr gut WUH Tableflip WUH 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 Scheiße! Ja! WUH 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 Nein! Yes! WUH 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 Nein, nee, aber gerade stand bei mir und bei Rena ein Punkt Ja, das ist immer so... Oh, wartet mal, wartet mal, was ist das denn? Na nehm ihn auf und zeig's uns Geht auch Perfil mal hoch So mein's... Du Arsch Halt, SO Oh! Untere. AK! Unser Selbstmord-Attentäter. So, jetzt hat er gewonnen. Ja! Juhu! Alex kann nichts. Ihr müsst zu zweit gegen mich kämpfen, um zu gewinnen, hallo? Ah, Quatsch! Ich schalte die Teams gleich wieder aus, ey. Ja! Und trotzdem alle, alle, alle Fan von Alex. Hahaha! Die denken sich halt auch alle, deal with it. Eins, ey! Nein! Rena! Dein Pokal! So kann ich nicht leben! Oh, Shitfighter-Knopf! House disconnected! Entschuldigung! Yay! Er hat aufgegeben, er hat aufgegeben! So, ich hatte ganz kurz die Aufnahme pausiert, damit man nicht sieht, wer ihr seid. Jetzt hab ich euch wieder geinvited. Ich brauch nen neuen Hut. Ich bin jetzt wieder der Frosch. Alex! Alex! Was denn? Was ich habe! Hahaha! Das ist meiner! Hahaha! Denk rein, ihr seid wieder im Team! Dem die Kugel! Dem die Kugel! Dem? Okay, dann machen wir Kugel gegen Kugel. Dann bin ich die... Wollen wir? Dach nur eins! Juhu! Verdammt! Schieß nochmal! Ups! Oh! Du kannst nicht quaken! Alter, spring wieder rein! Nein! Und 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 und? Last second quaken! Gott dammit! Hahaha! 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 Ist man kackt, Alex ist? Hahaha! Ahhhh! Jaaaa! Ich hab's geschafft! Nein! Gott verdammt! Alex, äh, Alex hast du schon einen Regner mit nem Gwerbling? Wo kommst du nicht wein? Hahaha! Alex hat sein, äh, Dings gar nicht gestartet, oder? Doch! Die läuft schon noch! Ach so! Hahaha! Ich hab meinen Punkt aber noch bekommen! Ich hatte gehofft, ich hatte sie noch rechtzeitig gezündet! Nein! Nein! Ich bin schneller als du! Nein! 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 Ich werd verfolgen! Hahaha! 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 Ist das ein Tacker? Das ist die Selbstmordwaffe, mit der schießst du und stirbst selbst! Ich war grad total pervers aus Alex! Tch! Prepare your anus! Beiß uns Kissen, ich geh trocken rein! Awww! Yay! Hahaha! Oh Gott! Ohhh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! M-m-m-multi-kill! Nein! 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 Warum ausgeschmischt? Nein! Oh mein Gott! Hier oben nicht! Hey, das hab ich auch noch weggeworfen. Oh, das war knapp. Nein. No. Pinner. Ich bereg das Augen an, die ist voll auf Droge. Nope. Oh. Woohoo. Karma. Oh, oh, oh. Das ist unser Konzertspiel. Wartet, wartet, wartet. Gebt Ruhe. Nope. Nein. Pass auf, er hat den Schlüssel. Nein, nein, Flammenwerfer, nein. Oh, natürlich renn ich rein. Naah. Das war eine kurze Bandgeschichte, wo wir uns ziemlich schnell zerstritten. Wir haben die Band aufgelöst. Die Bandgeschichte, wir haben die Band geschickt. Okay. Was nenne ich nen Wurf? Wrecked, son! Nein! 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 Ich kann meinen Helm aufsetzen. Nein! Stop shooting me! Alex! Nein! Gotcha! Wurst, schnell! Er hat keine Munition mehr! Beil dich, beil dich, beil dich! Oh, Tür! Dammit! Weg mit dir! Nein! Jemand hat die Tür blockiert! Na, Rena! Er war hinter dir! Ich weiß! Oh, Kunde? Nein! Wollte ich gerade mit Feuer bewerfen! Nein! Nein! Noch mit dem evil Schnurrbart, ey! Oh! Und da steht ich! Nein! Nein! Yes! No! Ich hatte gerade die coole Schrotflinte! Mist! Alter! Hahaha! Hey, schnapp dir die Sniper! No! Mist! Dieses Ding lädt viel zu langsam nach! Hahaha! Okay! Musst du dir vielleicht doch noch meine Zigarette anmachen? Habe ich auch gerade überlegt! Ups! Nein! 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 Hahaha! Nein! Ah! Hahaha! Du hast doch gespust! Der Riedag... ...getötet! ...getötet! Haha! 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 Wuhuuu Ich habe aber noch ein Bild So close Nein Und damit haben die Sacknasen gewonnen Yay für Team Sacknase Dann hoffen wir Die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß Wenn ihr denn so war, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren Ansonsten, wie immer von der Wacade Bye Leute Tschüss One One Two Die Vielen Dank.